Was mache ich, damit die Kugel gleitet und warum? Auf weichem Grund ist es ideal, die Kugel so weit wie möglich gleiten zu lassen. Warum? Nun, je höher du wirfst, desto weniger hast du die Kugel unter Kontrolle. Die Kugel kann sehr weit gehen, weil sie einfach rollt. Wie kann ich trainieren, die Kugel gleiten zu lassen? Nun, ich zeichne einen Kreis als Ziel bei etwa einem Drittel der Entfernung zur Zielkugel. Das hilft mir, mir den Auftreffpunkt vorzustellen, den ich brauche, um nah an die Zielkugel zu kommen. Die Technik ist, nur ganz flach zu werfen, dabei mit dem Handballen zu drücken und genügend Kraft in den Wurf zu bringen, um nah an die Zielkugel zu kommen. Vergesst nicht, je weicher der Boden ist, desto mehr müsst ihr gleiten lassen. Auf bald, Legefreunde! Auf geht's zur nächsten Runde! Auf geht's zur nächsten Runde!